Der Höhepunkt beim Sex. Manche nennen ihn den kleinen Tod. Eventuell entsteht dabei neues Leben und am Ende als Höhepunkt wiederum der Tod. Im neuen Programm des Stuttgarter Balletts geht es in drei Stücken um Verführung, Tod und den Tanz auf Messerschneide. Mit Musik von Mozart, Steve Reich und Bach. Höhepunkte also. Einmalige, kostenlose und jetzt im Livestream.